Schichtstoff und Melaminharzfronten sind mehrschichtig aufgebaut. Mit Harz und Hitze werden mehrere Schichten Papier so lange aufeinander laminiert, bis die gewünschte Dicke erreicht ist. Der Abschluss ist dann eine Dekorfolie, die ebenfalls laminiert wird. Hierbei ist zu achten, eine Laserkante zu wählen. Die Frontkante wird mittels Laser direkt mit der Trägerplatte verschweißt und nicht wie bei manchen Herstellern üblich verklebt. Die Vorteile von Schichtstoff- oder Melaminharzfronten sind super. Es gibt unzählige Farben, allerdings nur in matt oder leicht glänzend. Die Fronten sind sehr günstig und pflegeleicht. Sie sind extrem kratzfest, da passiert gar nichts. Sie sind hitzebeständig bis ca. 230 Grad, UV-beständig und super langlebig. Sie sind sehr hart und widerstandsfähig und dadurch super stoßfest. Auch eine Reinigung mit Mikrofasertuch ist möglich. Dunkle Küchen empfehlen wir allerdings nur mit Struktur, da diese ansonsten schwierig zu reinigen sind. Wir geben bei den Kategorien Reinigung 5 Sterne, Kratzfestigkeit 5 Sterne, für die Stoßfestigkeit 5 Sterne und für das Design 3 Sterne. Wir empfehlen diese Fronten Familien mit Kindern, Menschen, die gerne und viel kochen oder Leute, die einfach eine schicke, unkomplizierte oder pflegeleichte Küche suchen.